Ich bin Phil. Ich bin Bootfitter. Und meine Leidenschaft ist Skifahren und meine Passion ist die individuelle Anpassung von Skischuhen. Hier darf ich euch vorstellen, gemeinsam mit der Sport 2000, den Fischer Ranger Gripwalk. 120er Flakes, entsprechend also ein Schuh für den Allround-Skifahrer bis Allmountain-Skifahrer, der sich auszeichnet durch einen individuell anpassbaren Thermoinliner, durch eine anpassbare Schale, die ich individuell formen kann, je nachdem, was es für kleinere Fußübel gibt oder Problemchen im Schuh. Wir haben eine Zauberschnalle, die uns ermöglicht, einen Geh- und Steh-Modus einzuhalten. Wir haben hier mit diesem Modell ein High-Volume-Modell, was wirklich viel Platz für einen kräftigen Fuß beinhaltet oder für mehr Vorfußweite. Und zusätzlich eine Gripwalk-Sohle, die bei jedem Stand, bei jedem Schritt nochmal ein bisschen mehr Bewegung zulässt. Den Schuh kann ich einmal über den Innenschuh thermisch verformen, also individuell formen, explizit im Fersenbereich und Knöchelbereich. Ich kann aber auch die Schale mit einer individuellen Form versehen auf der Außenseite oder in den Knöchelbereichen. All das findet ihr bei uns im Shop und da möchte ich euch auch gerne treffen. Und wenn wir da einen tollen Schuh für euch finden und die individuelle Form für euch gestaltet haben, gemeinsam, dann natürlich auch gerne am Berg. Von daher viel Spaß mit Fischer, mit Sport 2000 und mit Schiefer.